Mein Name ist Klaus Zettler und ich zeige dir, warum es in der Dickbisshack geht. Im Programmieren lernst du schon am Beginn der ersten Klasse mit Scratch spielerisch die Welt der Programmiersprachen kennen. Schon nach wenigen Wochen wirst du in der Programmiersprache VBA deine ersten kleinen Programme schreiben. Am Ende der ersten Klasse erfolgt der Umstieg auf die Programmiersprache C-Sharp. Hier wirst du deine Programmierfähigkeiten bis zum Motura ausbauen und lernen, deine eigenen Anwendungen zu erstellen. Im Bereich Multimedia wirst du lernen, umfangreiche Websites aufzubauen. In unserem Fotostudio lernst du professionelles Fotoequipment kennen. Du wirst Bilder in Photoshop bearbeiten und fürs Internet aufbereiten. In Adobe Illustrator wirst du deine ersten Logoentwürfe kreieren. Du wirst außerdem Videos mit professionellem Equipment aufnehmen und schneiden. In unserem 3D-Drucker druckst du deine eigenen Objekte aus. Im Bereich Netzwerktechnik lernst du alles über Hard- und Software, Serverkonfiguration, Verkabelung und Datensicherheit. Bist du von Technik so begeistert wie ich, ist die Tick-Biss-Hack genau das Richtige für dich.